Bei uns, wo wir wohnen, gibt es auch Liebesgeschichten. Hier ist eine Geschichte aus dem tiefsten Orient Kölns. Hier ist eine Geschichte aus dem Köln. Denk ihr, ich find' ich echt nett Er hat sie auf dem Marktplatz das erste Mal gesehen Mit Tüten und mit Taschen blieb sie am Hochstand stehen Zwischen Äpfeln und Tomaten, Salat und Paprika Dunkle Augen, violiden, graben, schwarzes Haar Das Lächeln und die Blicke mit dem, wie ich kann sah War der Anfang der Geschichte von Max und Gülistan Das Lächeln und die Blicke mit dem, wie ich kann sah War der Anfang der Geschichte von Max und Gülistan Er trug ihr ihre Taschen, ist wo die Wohnungstür Sie sagte, so sei leise, mein Vater ist hier Ich suchte ihre Schlüssel und suche ein Profit an Ich möchte keinen Ärger, die Sinuser gefangen Mein Vater hatte Nachschicht und ist vielleicht schon wach Ich muss jetzt Essen machen, sonst gibt es bei uns Krach Der Hodger und mein Vater erlauben sowas nicht Und mit der Augen erledigt und nachdem ich geschwitze Ran来! syner razor Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017